Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht es gut. Einen wunderschönen Nikolaustag. Bisher wurden wir noch nicht so wirklich beschenkt. Vielleicht kommt es im Laufe des heutigen Tages noch. Momentan traden wir nämlich bei ungefähr 17.000 US-Dollar. Wenig Bewegung. Wir haben unseren kleinen Abverkauf bekommen. Doch die Chance, dass wir nochmal einen Dumpf sehen, sind so 50-50. Wir schauen uns das jetzt aber gleich nochmal genauer an, welche Level jetzt auf jeden Fall halten müssen, was wir für den heutigen Tag erwarten könnten möglicherweise. Aber bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und die Glocke aktivieren und kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Gestern wieder noch ein Signal, glaube ich, reingeklatscht. Also wenn ihr keine Signale oder Trades mehr verpassen wollt, gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 17.000 US-Dollar. Wir hatten gestern so einen kleinen Abverkauf in die Region von 16.840 US-Dollar. Unser dritter Take-Profit wurde noch nicht erreicht. Er liegt momentan bei ungefähr 16.670 US-Dollar. Da habe ich den Take-Profit hingelegt. Hat einfach mit diesem Low hier drunter zu tun, um die Liquidität hier einfach nochmal abzugrasen. Aber wie gesagt, die ersten zwei Take-Profits wurden erstmal erreicht. Dann habe ich gestern noch in die Telegram-Gruppe dazu gepostet, dass ich noch einen kleinen Long eingegangen bin. Aber unter der Prämisse, die Position ist nicht größer als unser Short. Das heißt, wir haben momentan zumindest zwei Trades offen. Einerseits der Short, der zwei Take-Profits abgeholt hat. Und einerseits der Long, der als Hedge, sage ich mal, beziehungsweise Short läuft als Hedge dann noch weiter. Somit haben wir einfach kein Risiko, sollten wir hier jetzt eine Gegenbewegung reinbekommen. Und warum könnten wir hier eine Gegenbewegung reinbekommen? Einerseits, wir haben hier gestern nochmal unser Psy-Low vom Wochenende getestet. Also es ist das erste 4-Stunden-Low. Und das erste oder die zweite darauffolgende 4-Stunden-High-Candle liegt hier bei ungefähr 17.050 US-Dollar. Also es ist eine sehr, sehr enge Range. Wie gesagt, wir haben das Low hier jetzt erst einmal getestet. Volumen war schon relativ hoch. Aber wir haben zwei Stopping-Volume-Candles hier nochmal gesehen. Also auch erst einmal zumindest ein gutes Zeichen, dass hier das Volumen rausgegangen ist. Und jetzt könnt ihr euch noch daran erinnern, was wir letzte Woche gesagt haben. Die Möglichkeit bestünde jetzt, dass wir genau wie letzte Woche eben hier nochmal ein tieferes Tief sehen. Ein minimal tieferes Tief nochmal unter dieses Psy-Low-Range. 200er SMA auf dem 1-Stunden-Chart liegt hier. Wir dann unseren doppelten Boden finden und dann ungefähr wieder drei Pushes nach oben hin machen. Und diese Pushes oder je nachdem diese Pumps nach oben könnten uns wirklich in den Bereich der 18.000 US-Dollar bringen. Dafür muss aber eben diese Psy-Range hier halten. Ich werde es hier nochmal ganz kurz mit so einem blauen Strich hier gegenzeichnen. Also diese Range hier muss halten. Und dann könnten wir möglicherweise sogar die 18.000 US-Dollar sehen. Aber da oben ist dann auch für mich persönlich erst einmal Schicht im Schacht. Hat einfach den Aspekt, hier oben liegt noch ein bisschen Liquidität. Wir würden die Ineffizienz nochmal füllen. Würde nochmal mehr Bullishness in den Markt möglicherweise bringen. Aber grundsätzlich gehe ich weiterhin davon aus, dass wir möglicherweise sogar nochmal ein Lower Low sehen. Was ich jetzt auch schon des Öfteren gesehen habe, wäre mal wieder ein White-Coff-Pattern. Ganz ehrlich sehe ich auch jetzt nicht so als abwegig zumindest. Also dass wir möglicherweise dann hier nochmal so eine Spring-Phase reinkriegen. Heißt, wir bilden dann hier glaube ich ungefähr die Phase B rein. Gehen dann nochmal deutlich runter. Kriegen dann hier unten nochmal so eine Spring-Phase. Und dann nochmal der Pump, beziehungsweise der endgültige Pump dann im neuen Jahr, wo wir ja darüber gesprochen haben, im vierten Quartal, beziehungsweise sage ich glaube ich seit dem ersten oder zweiten Quartal dieses Jahres, dass im vierten Quartal eine mögliche Bodenbildung drin ist. Momentan ist es noch im Play. Also sollten wir das bis Ende des Jahres noch kriegen, so ein Lower Low, so in dem Bereich der 15.500 vielleicht nochmal hier. Die Region 15.000 US-Dollar ist noch im Bereich des Möglichen. Und dass wir dann im neuen Jahr deutlich, deutlich bullischer gehen. Nachdem jetzt auch China seine Covid-Strategie ein bisschen, sage ich mal, herunterfährt, könnte das auch für die Märkte dann nochmal ein deutlich, deutliches Plus bedeuten. Aber gut, das werden wir sehen. Kurzfristig, wie gesagt, muss jetzt auf jeden Fall unser Ptei Low halten. Ansonsten würde es wahrscheinlich nochmal runter Richtung 16.400 US-Dollar gehen. Da wartet unser erster Vektor. Und wenn es hält, könnten wir uns wirklich diese drei, vier Pushes nach oben hin vorstellen, im Bereich der 18, möglicherweise sogar 18.300 US-Dollar hier oben, diese Range, wo noch die Ineffizienz auf uns wartet. Nochmal so ein ganz, ganz kleiner Blick, weil ich es ja gestern noch in die Gruppe geschrieben habe. Wir haben hier einen schönen Bounce gesehen von unserer blauen Support-Linie. Hier ist einerseits, glaube ich, eine Daily-Demand-Zone, die wir eingezeichnet haben beim DXY. Also sehr, sehr gut getroffen. Hier muss man schon sagen, sollte vielleicht auch noch Devisen anfangen zu traden. Aber gut, da traue ich mich noch nicht so ehrlich gesagt dran. Ja, schöner Bounce hier. Daraufhin gab es beim S&P 500 auch erstmal so eine kleine Korrektur. Muss man schon dazu sagen. Wir sind nicht über das Golden Pocket gekommen, haben jetzt auch hier so ein kleines CME-Futures-Gap hier oben gebildet. Also aber minimal, wirklich auf den kleineren Timeframes. Support fängt dann hier ungefähr bei 3.978 Punkten an oder bei 3.965. Da haben wir noch zwei mögliche Ineffizienzen, die noch gefischt werden könnten. Heute vielleicht mit einem Opening, dass wir hier nochmal ganz kurz runtergehen und dann aber nach oben. Könnte auch, wie gesagt, gestern so ein kurzer False Move Monday gewesen sein. Wir hatten unseren False Move nach oben, dann nach unten. Und heute dann eben dieser Turnaround Tuesday, wie man so schön an den traditionellen Märkten sagt. Dann genug davon erzählt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in Ethereum rein. Auch hier wenig Veränderung hier. Ärgert es mich immer noch übel, dass ich hier nicht in den Short reingekommen bin. Beziehungsweise wir hatten auch hier, was ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen habe, weil ich hier gestern, glaube ich, auf dem 1-Stunden-Chart unterwegs war, den 200 SMA auf dem 4-Stunden-Chart. Wie gesagt, keine Position momentan offen, leider. Aber hier warte ich nochmal, dass wir zumindest nochmal ein Higher High kriegen. Vielleicht hier in die Region um 1.340, 1.350 US-Dollar. Würde natürlich passen, sollte Bitcoin in den 18k-Bereich kommen, wovon ich momentan zumindest erst einmal ausgehe, würde das hier ganz oben mit den 1.340 sehr, sehr gut passen. Auf dem 1-Stunden-Chart haben wir erst einmal Support auf dem 200er SMA. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und auf dem 0.382 Fibonacci Retracement Level. Gleichzeitig müssen wir nochmal gucken, was wir hier haben. Psylow würde uns noch bis ungefähr 1.234 bringen. Müssen wir mal gucken, ob wir wirklich so tief runter gehen. Aber wir haben ja schon mal letzte Woche darüber gesprochen, hier liegt auch ein Golden Pocket. Was wir nochmal testen könnten aufgrund des Volumens, was hier unten eben noch liegt, ist es jetzt auch nicht gerade unwahrscheinlich, dass wir das möglicherweise nochmal sehen. Aber man muss auch dazu sagen, es würde einen größeren Dump nochmal bei Bitcoin bedeuten. Also 16.800, 16.700 weiß ich nicht, ob das unbedingt reicht hier nochmal, um dieses Psylow zu testen. Aber wäre dann auch hier nochmal so eine Möglichkeit, nochmal so eine kleine Long-Position mit engen Stop-Loss zu eröffnen. und dann auch hier auf so einen kleinen doppelten Boden zu hoffen und dann eben der Push bis ungefähr 1.340, 1.350 US-Dollar im Laufe der Woche dann auf jeden Fall. Dann Blick zu XRP, braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Weiter in Seitwärtsphase, ich gehe hier aber auch nochmal, das ist nur so ein Vorzeichen-Ding, das seht ihr später in der Analyse bei CryptoGuru. Braucht man jetzt nicht näher drauf eingehen, momentan wenig Bewegung. Es gibt Abergerüchte wieder auf Twitter. Irgendjemand hat es gestern gepostet, ich habe jetzt aber den Post nicht rausgesucht. Dass es ein Ergebnis gibt, aber, und da jetzt schon wieder übel der Hype gemacht wird, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, weil dann glaube ich viel, viel mehr Bewegung im Chart wäre. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass es, wenn es ein bisschen runter geht, dass da vielleicht doch ein bisschen was dran ist, möglicherweise, um den Kurs ein bisschen nach unten zu manipulieren, um dann nochmal ein bisschen eine Kaufschoss zu geben. Aber gut, das werden wir dann auf jeden Fall uns nochmal genauer angucken, sollte sich das wirklich bewahrheiten. Dann nochmal ganz kurzer Blick auf Ape, wo ich euch ja letzte Woche gesagt habe, ja herzlichen Glückwunsch, wer den Trade mitgenommen hat. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Auch hier wenig Veränderungen, um mal ganz kurz so ein paar kleine Updates zumindest zu geben. Schauen wir mal, Quandt, auch wenig Veränderungen. Ein Stunden, 200 SMA gibt hier erst einmal Support. Also ihr seht schon, wir haben hier überall diese kleinen doppelten Böden auf den kleinen Einstunden-Charts, wo auch dann mit der Psy-Range übereinstimmt. Sieht zumindest sehr, sehr gut aus, wenn wir nach diesem Cycle gehen. Doppelter Boden, Turnaround Tuesday, dann nach oben diese drei, vier Pushs. Und schauen wir mal, was sich im Laufe des heutigen Tages ergibt. Wie gesagt, US-Märkte könnten ein bisschen negativer eröffnen. Und dann schauen wir einfach mal. Und noch ein kleines kostenloses Setup, was ich mir noch überlegt habe. Wir haben, wenn wir hier das Golden Pocket sehen, das war auch hier oben der Trade, den wir vermasselt haben, weil ich zu gierig war. Ach, das ärgert mich immer noch so. Golden Pocket liegt bei ungefähr 276 US-Dollar. Ich habe momentan ein Entry geplant bei 278 US-Dollar mit einem engen Slope Loss bei ungefähr 270, 269 US-Dollar. Werde ich später noch in die Gruppe posten. Wir sind am 200er SMA rejected worden. Ob wir da wirklich runtergehen, wage ich zu bezweifeln. Aber man kann das Setup ja trotzdem mal in die Gruppe stellen. Und damit ihr wisst, was ich meine. Doppelter Boden, ein Push, zwei Push, drei Push, viertel Konsolidierung und dann down. Sowas stelle ich mir das vor, so wie bei B&B. Und damit entlasse ich euch, sage ich jetzt mal, in den Tag hinein. Wir gucken noch ganz kurz auf die News, ob es noch irgendwas spannend ist. Es gibt drei Fragen, die du vor dem Kauf von Kryptowährungen im Jahr 2023 beachten solltest. Ist es ein Shit-Projekt? Hast du Kohle? Ist dir die Kohle egal? Das sind die wichtigsten Fragen. Nee, Spaß. Schau dir den Artikel gerne an. Der müsste auch mittlerweile schon in der Telegram-Gruppe aktiv sein. Wenn du noch nicht drin bist, komm gerne rein. Gib kostenlose Signale. Gib Austausch. Und ja, lass dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und später um 14.30 Uhr kommt noch so ein kleiner Teil vom Beginner-Guide. Also welche Börsen sind noch sicher? Welche Börsen kann man ohne Probleme, sage ich mal, benutzen? In Anführungszeichen ohne Probleme. Könnt ihr euch dann gerne später anschauen. Werde ich dann auf jeden Fall noch teilen. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Lasst euch vielleicht ein bisschen beschenken. Schmeißt nicht unbedingt eure Schuhe raus, wenn da irgendwas drin ist. Nur ein kleiner Tipp von mir. Ist mir auch schon passiert. Ja, wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.